Hallo und Willkommen zu meinem kurzen Video über SPECTRE! In dem Fall speziell über die SXUT-Token und die Privilegien, die findet man hier! Kurz zu SPECTRE, wer davon noch nicht gehört hat! SPECTRE ist eine Plattform zum Handeln von Binären Optionen und CFD, die ohne Broker arbeitet! SPECTRE also versucht, die Trader untereinander zu verbinden, bzw. wenn das nicht klappt, gegen den Liquidity Pool handelt! SPECTRE hat 2 Arten von Token, das sind die SXUT, UT steht für Utility Token! Die kann man kaufen, sich auf sein Ethereum Wallet schicken, dort lagern, man muss sie also nicht ausgeben! Und kann dann hier die Privilegien freischalten, wenn ich also 768 Token auf meinem ERC20-Wertert habe! MyEtherWert benutze ich! Kann ich hier auf ON klicken! Dann wird eine Routine aktiviert, die nachschaut, ob das stimmt! Und wenn das stimmt, dann komme ich 10 Vorgspaare mehr zum Handeln in dem Fall! Ich mache das Video, weil ich angesprochen wurde, dass man nur bis zu 5 Dollar pro Position handeln kann! Um das zu ändern, muss man das hier freischalten! Ich bin nicht sicher, was davon möglich zu halten ist! Letzten Endes finanziert sich Spectre ein bisschen damit! Auf der anderen Seite hat man auch keinen Verlust! Man kann die jeder Teil wieder verkaufen! Ich werde in dem Video jetzt kurz zeigen, wo man die bekommen kann! Wer mehr über Spectre wissen will, der findet hier oben den Link zum zweiten Video von mir! Oder unten in der Beschreibung einen Link zum Eröffnungen eines kostenlosen Accounts! Insgesamt ist Spectre für den Trader sehr viel besser als die meisten Broker, die ich kenne! Es ist auch kein Broker! Hier kann man einstellen, wie hoch man riskieren will! Das ist eine ganz schöne Sache! Die hilft dem Trader auch einzigartig! Ich kenne das sonst von keinem Broker! So, kommen wir zu den Token! Wenn man hier draufklickt, dann findet man nochmal einen Überblick über alle möglichen Vergünstigungen! Es gibt hier auch Trading Kurse, wie man sieht! Weniger Spread, mehr Return, also höhere Gewinne und so weiter! Es gibt verschiedene Plätze, wo man die kaufen kann! Ich persönlich bevorzuge BBOX! Hier ist aber auch das größte Volumen! Das ist auch immer gut! Es macht keinen Sinn auf einer kleinen Börse zu handeln, wo man dann an die Preise von den Leuten gebunden ist! Dann lieber viele Personen! Man findet den Link hier unten eingeblendet zu BBOX! Insgesamt habe ich mir hier jetzt erst einen Account gemacht! Ich muss hier jetzt erst einmal Geld einzahlen! Mein erster Eindruck ist recht gut auf jeden Fall! Sicherheit ist hier auch groß geschrieben wie bei allen guten Börsen für Kryptowährungen! Man kann nur, wenn ich es richtig mitbekommen habe, nur mit Kryptowährungen einzahlen! Also ich habe nichts gefunden, wie ich mit Euro oder US-Dollar einzahlen kann! Es gibt auch Margin Trading, also mit Hebel! Für uns ist hier das Token Trading interessant! Um die SXUT Token zu kaufen, gehen wir auf Token Trading Basics und suchen uns hier die Token aus! Dann sieht man, wenn man die kaufen will, kosten die gerade 940 Sataoshi, entspricht ca. 6 Cent pro Stück! Ich muss hier jetzt erst einmal Geld einzahlen! Jedenfalls kann ich hier zum Beispiel auch einen anderen Preis wählen! Ich kann sagen, 900 und hier 1000 angeben! Wenn ich hier jetzt auf Beidrücke und Geld drauf hätte, dann würde die Seite warten, bis der Preis auf 900 sinkt! Und mir dann 1000 Stück davon kaufen! Wenn ich sie wieder verkaufen will, kann ich das genau andersrum machen! Und dann wird gewartet, bis der Preis erreicht wird! Wenn der Preis erreicht wird, wird der Betrag für mich verkauft! So funktioniert das bei jeder Limit Order bei Börsen! Wenn man es dann abheben will, geht man hier auf HUNT! Ich bin jetzt erst mal getrunken, noch die Sicherheits-Sachen in Ordnung zu bringen! Normalerweise muss man dann den Ethereum Wallet angeben! Da empfehle ich mal ETA Wallet! Allerdings muss das mit dem Wallet, das bei SPECTRA angegeben ist, übereinstimmen! Hier unter Account Settings findet man hier das ETA Wallet! Das muss ich dann bei WISTRAW angeben! Ich hoffe, ich konnte das kurz darlegen, wie man die SXUT-Token kauft! Wie gesagt, es gibt noch die SXDT! Die gibt es bei einem anderen Exchange zu kaufen! Das sind die Dividenden Token von SPECTRA! Das ist auch eine interessante Sache! Dazu folgt dann demnächst nochmal ein Video! Mit den Token kann man sich ähnlich wie ein Aktionär bei SPECTRA mit einkaufen! Ich bedanke mich fürs Zuschauen! Ich hoffe, ich konnte dir kurz ein bisschen helfen! Wem das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like und einen Kommentar! Vielen Dank und bis zum nächsten Video! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR